Die Seitenwechsel jetzt mit Angra. Die müsste Stegemann da mitnehmen. Und sie beruhigt erst einmal wieder das Spiel. Wir schauen mal rechts unter dem Tor von Nadine Angra. Tina Müller, Peter Wimberski, Sandra Minert machen sich da warm. Das ist ja nicht erst einmal Vorsichtsmaßnahmen. Der Dajani Hingst durch, Smisek im Strafraum. Birgit Prinz, Birgit Prinz, große Möglichkeit und Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft, 1 zu 0, 52. Minute. Genau das ist es, was ich gemeint habe. So ein Konter, eine still ausgeflühte Aktion über den rechten Flügel. Und jetzt führt die deutsche Mannschaft. 1 zu 0, Birgit Prinz. Klischen Mannschaft. Und sie hat es jetzt in den letzten Jahren. Klammer League. Können Sie in den letzten Tagen frase mal? Und sie hat es jetzt im Strafraum.